Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video nach dem Hauptvideo in dieser ARK-RP oder ARK-Roleplay-Reihe. Und zwar geht es heute um das Thema, was ist ARK? So, vorab möchte ich euch aber gerne noch ein paar Informationen vorab geben, denn was ist ARK? Das Thema ist einfach jetzt so vollständigkeitshalber, gehört irgendwie jetzt dazu und wir machen das jetzt auch nicht lang. Deswegen nutze ich dieses erste Video und dieses erste Thema, weil es nicht lang geht, für ein paar Vorab-Infos. Zum einen können wie immer Hintergrundgeräusche bei mir entstehen, das hat man beim Hauptvideo auch immer mal wieder zwischengehört, kann ich nichts ändern, das ist bei mir so. Die Leute, die mich kennen, wissen das. Dann hört man, dass ich immer noch krank bin. Man hört das wahrscheinlich an der Stimme noch ein bisschen, an der Nase, die noch ein bisschen zu ist und kratzt und sowas alles. Deswegen könnte es sein, dass ihr nochmal, also das ist meine Stimme, die noch nicht ganz so ist, wie sie sein sollte. So, dann, je nach Thema kann das sein, dass ein Video etwas länger ist, das andere etwas kürzer und von daher, ich lege mich da in dieser Reihe nicht fest, die Videos sind eben so lang, wie sie eben sind. Also, das ist, ja, das muss es sein. So, und jetzt kommen wir zu dem Teil, an dem ich euch um Hilfe bitte, denn diesmal bin ich komplett alleine. Ab jetzt habe ich jedes Thema praktisch auf meinen eigenen Schultern und kann es nicht mehr abwälzen auf einen Co-Moderator, sondern ich bin praktisch die einzige Informationsquelle, die ihr jetzt hier so habt. So, deswegen möchte ich kurz vorher erwähnen, diese ganzen Infos, die ihr bekommt, sind alle auf meinem jetzigen, während der Aufnahme, auf meinem jetzigen Wissensstand, den ich jetzt habe, auf meinen Erfahrungen, die ich bis jetzt gesammelt habe und der Meinung, die ich jetzt habe, während der Aufnahme. Die kann sich natürlich, das alles kann sich natürlich im Laufe der Zeit ändern, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme, das beruht alles auf das, was ich selbst erfahren habe, aber auch bei anderen gesehen habe. Und darauf beziehe ich meine Informationen. Ich brauche trotzdem eure Hilfe, denn wenn Anfänger zum Beispiel das nicht verstanden haben, was ich da mitteilen will oder wenn sie sagen, ja, aber das und das ist noch nicht so klar, schreibt es bitte in die Kommentare. Und an euch Fortgeschrittenen oder Profis oder Leute, die schon ein bisschen mehr Ahnung haben von AKP, bitte schreibt ebenfalls in die Kommentare, wenn ihr sagt, du pass auf, das und das ist aber nicht ganz richtig oder du hast das und das vergessen oder keine Ahnung. Oder wenn jemand in den Kommentaren zum Beispiel eine Frage haben sollte, was ja passieren kann, dann steht es euch natürlich frei, demjenigen zu antworten, um dann die Frage zu beantworten. So, das erstmal jetzt zum Anfang dieses Ganzen hier. Ich dachte mir, was ist ARK, würde ich kurz ein Spieler machen vom Hauptvideo, um in das Thema erstmal reinzukommen. Also, Film ab. Impi, was ist ARK und was ist RP? ARK ist ein Überlebensspiel. Man wird in eine Welt geworfen mit Dinosaurier, nackt, mit so einem Ländeschutz um und muss dann dort erstmal klarkommen. Der erste Baumfälle, der erste Busch nach Bäre absuche, sich aus kleine spitze Steine und einem Stock Sperr baue und dann halt das erste Tier erlegen, was meistens so ein komisch groß gewordenes Huhn war. Dann kommen auch die erste Lederfetze zusammen und schon hat man Kleidung und so geht es halt immer höher. Es ist ein Spiel, wo du selber entscheiden kannst, wie dein Gebäude aussieht. Das kann ein Klotz sein, das kann eine wunderschön gebaute Scheune sein. Es ist beides möglich. Einmal das, ich spiele einfach nur mit Dinos, was sich PvE genannt hat. Oder man ist halt drauf und dran, den Türex zu benutzen, um beim Nächsten ins Haus reinzukämpfen, reinzubeißen, was dann PvP genannt wird. Und da gibt es dann halt auch noch den Aspekt, dass man von diesem mit Stein und Holz ein Feueranzünder bis hoch zum Flammewerfer, was ich erforschen konnte. Automatische Geschütze und so weiter, bis hin zu dem, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Iron Man Anzug. Ja, das beschreibt eigentlich ARC ganz gut. Ja, das hat Impy schön erklärt. Ein bisschen detaillierter, als ich es jetzt wahrscheinlich machen werde. Aber das ist jetzt, ich denke, jeder, der ARC-RP spielen möchte, der weiß, was ARC ist. Versteht ihr? Also, wie dieser Spielmechanismus bedeutet. Einfach der Vollständigkeit halber. ARC Survival Evolved ist ein Game, was 2000, ich glaube, das war 2015, in die Early Access, nee, Moment, doch, Early Access heißt das, gekommen ist, wo man dann schon mal spielen konnte und den Entwicklern dann dadurch geholfen wird, das Spiel fertig zu machen. Ich weiß jetzt nicht, ist das Spiel 2020 richtig veröffentlicht worden? Also, da müsste zum Beispiel mal helfen, das weiß ich jetzt gerade mal nicht. Ich bin da, glaube ich, auch sehr schlecht vorbereitet, was das betrifft. So, jedenfalls, ARC Survival Evolved ist ein Survival Game. Das heißt, in erster Linie geht es darum, zu überleben. Der erste Gegner, den ihr habt, sind Hunger, Durst, Kälte, Hitze und auch Dinosaurier, was das Spiel natürlich sehr interessant macht, weil man dort mit Dinosauriern spielt. So, also das ist das Erste. Also, das heißt, man muss, wie Impi schon alles erwähnt hat, man muss sich erst mal um Kleidung kümmern, um Schutz und geht dann immer, immer weiter, steigert sich somit und hat auch später, kann man bauen, tamen, züchten mit gezähmten Tieren, kann man Babys machen, die dann auch immer so ein bisschen besser werden, von den Werten her und, ja, das ist eigentlich so im Groben zusammengefasst, das, worum es jetzt hier geht. Da braucht man jetzt auch nicht, wer weiß, was für Wörter noch, denn mehr wird da nicht kommen, weil das ist es einfach. Es gibt ARC im Singleplayer, das bedeutet, man spielt es offline, für sich ganz alleine. Der Singleplayer ist definitiv PVE. Zu dem Thema kommen wir aber gleich in einem extra Video, weil das wäre jetzt hier sonst zu lang gewesen. Ich hatte es nämlich schon einmal als Thema angefangen, die drei ersten Videos, hatte ich in einem Video und das ist, ach, das war eine Katastrophe, Leute, jetzt habe ich neu angefangen und habe gedacht, komm, machst du die drei Themen extra. So, dann gibt es noch ein Multiplayer, wo man dann halt eben mit mehreren Leuten gleichzeitig spielen kann, zusammen oder auch gegeneinander spielen kann, was das genau bedeutet. Gehen wir in dem nächsten Thema PvP, PvE mit ein. So, ja, das ist eigentlich auch schon alles für dieses Video. Ich glaube, das wird das kürzeste Video in dieser kompletten Reihe, aber ich habe es jetzt einfach mal genutzt als kurze Informationsquelle vorab und als erstes, ja, einfach der Einstieg und der Vollständigkeit halber. Mehr ist das jetzt hier nicht. Aber, wie gesagt, die ersten drei Videos kommen gleichzeitig, deswegen habt ihr ja noch ein paar andere Themen jetzt, die ihr noch schauen könnt, die ein bisschen länger gehen. Also, habt ihr Fragen, schreibt es in die Kommentare. Ach so, vergesst nicht, die meisten, die mich schauen, sind keine Abonnenten. Das bedeutet, klickt doch einfach mal den Abonnier-Button. Man kann es ja immer noch wieder wegmachen. Ja, gib mir ein Like und vor allen Dingen auch Kommentare. Da freue ich mich sehr drüber, denn jemand, der Videos macht, der hat nie irgendwie Feedback, dem erzählt keiner immer, du, pass auf, das ist toll, das ist scheiße und, ne, klar, immer im Rahmen, ne, in einem höflichen Rahmen macht man das. Aber ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr abonniert, denn, wie gesagt, es kostet nicht, außer ein Klick mit der Maus und, ähm, ihr könnt es ja später, wenn ihr dann merkt, ach, ich gucke die jetzt doch nicht so oft, ja, könnt ihr es ja wieder wegmachen. Mein Gott, ne, das ist wie gesagt, ist nichts Schlimmes. Es beißt euch niemand, außer meine Dinosaurier in Ark. Die könnte ich, die könnte ich, naja, lassen wir das. Also, danke fürs Zuschauen, viel Spaß beim nächsten Thema und wenn ihr Anregungen habt, Fragen habt oder irgendwas noch nicht klar war, ich denke mal, bei diesem Thema war es das und, äh, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.